Wir alle wissen, dass Bücher lesen viel wichtiger ist und dass es auch überhaupt wichtig ist, Bücher zu lesen. Und wir drei haben das gemacht. Und zwar, wir haben Bücher gelesen, aber in der Öffentlichkeit. Guckt euch das mal an. Kronk. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020